Ich habe gedacht, wir spielen als Doppel. Ich habe mich bei einem Doppel-Spiel für ihren Schraub. Ich habe mich bei einem Doppel-Spiel-Spiel-Spiel. Ich habe einen Doppel-Spiel. Auf die drei spielen Penker Vollgard gegen Bändel Schwämmer. Die Runde der letzten acht mit Andrea Scharmagel und Veronika Seitz. Emi Kanozawa gegen Silvia Messer, geborene Albert. Die Schwester von Silvia Messer, Claudia Piku, also ebenfalls geborene Albert aus Kornburg. Gegen Sabrina Prämmer. Und am Nebentisch läuft. Und das letzte Herneinzel der Vorrunde. Das wohl am heißesten und kämpfteste Vorrundeneinzel zwischen Träger und Kielmann. Das ist der Kielmannstbote. Und das waren Sie in der zweiten Kielmannstbote. Und das ist der Kielmannstbote. Die Kielmannstbote sind in der zweiten Kielmannstbote. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD Daniela Rinner, TV-Altdorf, in ihrem Viertelfinalspiel gegen Jasmin Peine, jemals Wolframs Eschenbach, gewechselt zum TSV Kornburg. Die Wahl der Spielersprecher hat ein riesiges Ergebnis gebracht. Er war 1861 Alldorf gewählt und zum Spielersprecher wurde Tasten Reiß vom TV-TV Neustorf gewählt. Beide nehmen die Wahl an. Ich gratuliere Ihnen und wünsche Ihnen einen schönen Tag bei Ihrer Gäste. Der alte und neue Spielersprecher Carsten Reiß. Der alte und neue Spielersprecher Was... 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 5,6,7,5 5,6,6,6,6,7,8 5,6,6,7,8 5,7,8 5,7,8 5,7 5,7,8 6,7,8 6,8 5,7 6,8 7,8 7,8 Applaus Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der SPD und der LINKEN Ich muss jetzt noch einmal kurz durchlaufen. Applaus 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 Aus die Chefs Adánato Scheibe Röden Lich in Amplomerada Applaus 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 Witzig, ich bin dann doch hier. Stimmengewirr Wolfram Lipp hat seit einigen Jahren recht erfolgreich auf Rückkant Langenoppen umgestellt. Und da hat Thorsten Rust leichte Probleme. Die Tische 14 bis 18 stehen ab sofort zum 3. Der Training für die Biedler sind zur Verfügung. Das ist ein scheiß Landstum, was du heute abliefert. Vizepräsident Frank Lippen Auf die Spür, Koch-Ubi gegen Franz Martin. Rene Scheible, ehemals tiefer 48 Erlangen, jetzt bei Altdorf gegen Harald Baumgärtel. Viele Jahre Sparta-Naurisch. Nürnberg. Jetzt in Winsbach. Dann spielt er mit sehr vielen sehr sehenswerten Bällen, aber möglicherweise spielt er im Sommer zu viel Tennis. Um ganz nach oben an die Spitze zu kommen. Beifall bei der CDU, dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN, der LINKEN, der LINKEN und der LINKEN, der LINKEN, der LINKEN und der LINKEN. Man muss er mit der Sitzung. WDR mediagroup Gästeine WDR mediagroup Gästeine WDR mediagroup Gästeine WDR mediagroup Gästeine Martin Franz ehemaliger Theologie-Student in nur wenigen Jahren durch sein Material und viel Training aus der Herren-T-Klasse in die Herren-A-Klasse hochgekommen spielt dann Bayern-Ligisten TSV Lauf eine Mannschaft, die dieses Jahr den Aufstieg anpeilt Uwe Koff aus Ansbach und die Mutter von Martin Franz schaut aus der Ferne zu Wolfram Lipp holt sich Tipps ab von Carsten Reiß das Spiel gegen Thorsten Rüst sehr eng Radewan Lanker wird hier durchaus als Kandidat für ein mögliches Endspiel gehandelt hier in seinem 8. Finalspiel gegen Mario Penga gegen Mario Penga von Sparta Moris nachdem Stephanie Lechner nicht mehr für das Amt der Spielersprecherin kandidiert hat wurde Andrea Scharnadel von TV Alldorf und dieses Amt Führerschein einmal innehatte zur neuen aktuellen Spiersprecherin der Saison 2005 2006 gewählt mit Partnerin Daniela Rüner spielen sie in der Bühne gegen Röhn Kürtmann 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 6 6 6 3 4 4 5 5 5 5 6 8 9 9 5 6 6 6 5 6 6 6 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 17 12 15 16 16 18 17 15 15 So unter Druck, dass er eben eine Auszeit genommen hat. So unter Druck, dass er vor sie immer wieder macht. So unter Druck! So unter Druck! So unter Druck! So unter Druck! Die Auszeit hat offensichtlich nicht wirklich etwas gebracht. Kein Gefühl für den Vorhang-Dopspin. Zweimal ins Netz, einmal hinten raus. Und wenn man solche Punkte nicht machen kann, wird es eng. Markus Kanzheber dagegen konnte sein Spiel gegen Träger nach Hause bringen. Der vermeintliche Geheimfavorit, Rava Lanka, damit ausgeschieden. Relativ glatt, was immer das bei 11er-Sätzen bedeuten mag. Die Sätze selbst fast alle sehr umkämpft. Karsten Reis in seinem Viertelfinalspiel gegen Martin Franz. Das haben wir gerettet. Überraschung ist der Treffer. Stimmengewirr Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD Werkvolkstraße Werkvolkstraße Schulter Franzft öbliche Pläne K constante Im Spiel und im Einzug ins Halbfinale, Rna-Klasse, Michael Hoffmann gegen Steffen Köhner, Michael Hoffmann gegen Steffen Köhner, Rna-Klasse, Michael Hoffmann gegen Steffen Köhner, Rna-Klasse, Michael Hoffmann gegen Steffen Köhner, Michael Hoffmann gegen Steffen Köhner, Rna-BoppelsES, Michael Hoffmann gegen Steffen Köhner, George W., George W.M. Zwei Vorbereitungsnetzroller haben trotzdem den Punkt nicht gemacht. Körner wirkt ein bisschen unsicher, Michi Hoffmann ein bester Spieler, wie man ihn kennt. Probleme mit dem Boden, sehr rutsig, es empfiehlt sich ein nasser Lappen, den man allerdings privat organisieren muss. Körner wirkt, wie man ihn mit preisiedern kann. Auch an der Zutaten sein zu treffen. Körner wirkt! Steffen Körner ist eigentlich ein Spieler, den man auch im Endspiel erwarten kann. Aber nicht so. Sie fehlen von den Angemeldeten noch die Stadtgelder auf die Spiel Lipp gegen Tannsieber. Die Stadtgelder ist sehr gut. Die Stadtgelder ist sehr gut. Die Stadtgelder ist sehr gut. Ulfram Lipp bei seinem Spiel um den Einzug ins Halbfinale gegen Markus Kanzieber. Die Stadtgelder ist sehr gut. Die Stadtgelder ist sehr gut. Die Stadtgelder ist sehr gut. Und alle macht die Noppen. Die Stadtgelder ist sehr gut. Rundfunk 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 Ich spiel einen Scheißlecken davon Rundfunk 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 Eine der jüngsten Teilnehmer im Feld Mario Penga Spada Möhris Viertelfinale gegen Haralds Baumgärtel Endspiel im Damen-Doppel der A-Klasse Peine Piku TSV Kolmburg gegen Scharnabel-Rinner TV Altdorf politisch Viertelfinale gegen Scharnabel-Rinner Stimmeneglieder Stimmeneglieder Doppelstunde geben Routen Stimmeneglieder Viertelfinale gegen Scharnabel-Rinner 3-0 oder 1-0? Und, da läuft die große Meisterstunde. Applaus Halbfinale, Sabrina Krämer und Silvia Messer. Kadri beton. Klab. Applaus Halbfinale, Sabrina Krämer und Silvia Messer Wieler, Daniel Messer Halbfinale, programmiert die Metro-Storne Halbfinale, Andreas Kostner Halbfinale, Markus, Andreas Kostner Harald Baumgabel in ungewohnte Rolle, sehr weit vom Tisch entfernt, aber er weiß sicher, was er tut, denn er kennt seinen Gegner aus seinem alten Verein. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Vizepräsidentin der Mazharzkei Ausdruck, Streit, Führung, Stoffen, Niedertraus. Nee, oder? Herr Lieb, wie ist der aktuelle Zwischenstand? Ausdruck, Streit, Führung, Stoffen, Niedertraus. Ja gut, ja, die Zuschauer, oder? 3 zu 3. 4 zu 3. Ja ja, den macht nicht kaputt. Klingen kann nicht? 3. 0,02-0 0,000 Vielen Dank. Applaus Applaus Vielen Dank. Kiecher die erste große Überraschung. Wolfram Lipp schlägt Markus Kanziger und ist im Halbfinale. Der erste Titel ist vergeben. Der Bezugsmeistertitel geht an. Andrina Schanagel und Daniela Rinner vom TV Altdorf. Michel Tran und Carsten Träger gegen Veronika Salz an der Seite von Marco Kanziger. Auf die Spür Zwickerei gegen Ja Jochen. Die erste Titel ist vergeben und die erste Titel. Noch ein Mixed. Schorch Franz gegen Messer Lipp, beide Herren mit langen Flattern agieren, zur Freude der Damen. Die 1.0 . 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 Auf die Streit, Dame Petunz an der Leue gegen der Linz-Gitadiana.